Hey Freunde und willkommen zurück zu Let's Plane Minecraft, die Playstation 4 Edition. Im letzten Part, am Ende des letzten Parts, haben wir hier noch Seerosenblätter beschafft, um die in unser Feld einzupflanzen. Also nicht einpflanzen. Irgendwo unter uns ist eine Höhle. Und irgendwie ist hier eine Riesenhöhle unter uns. Wahrscheinlich ist da die Festung oder so, also das Endportal. Sag ich doch, genau eins fehlt. So, das heißt, eins suchen wir jetzt noch. Ja, muh. Vielleicht haben wir Glück und wir finden hier noch einen Hund. Ne, aber ich glaube, mit Hunden reicht es jetzt erstmal, ne? Wir haben genug Hunde. Äh, Seerosenblatt. Da haben wir jetzt. Ich kann eigentlich mit meinem Boot dahin fahren. Vielleicht finden wir von hier unten irgendwie was. Aber ne, ich finde hier gar nichts. So, ähm, was ist das Ding? Da, guck mal, da ist doch noch alles voll. Und ich sehe das von da hinten nicht. Bumm. So. Heute haben wir hier übrigens den 24. Ne? Heute ist Minecraft for you zu Ende gegangen. So. Bamm. Denn jetzt fällt das immer nicht, nicht immer da runter. So, und hier bauen wir einfach so einen Gatter hin. Ähm, aber das machen wir später erst, weil hier ist ja noch nichts kaputt gegangen. Gott sei Dank. Und deshalb, äh, wir haben, hier wollte ich irgendwie noch einen Raum hin machen, ne? Und oben. Also ich glaube, oben ist erstmal wichtiger, damit die nicht irgendwie die ganzen Viecher hier ausbauen, ne? Und deshalb werde ich erstmal hier oben alles zumauern. Damit da nicht irgendwie noch alles runterfallen kann, irgendwie auf den Kopf dann. So. Achso, ich muss natürlich mal wieder nach hoch kommen, ne? Dann lassen wir das hier mal frei. Ja, das hier, das ist, äh, das, ja. So, ich brauche Holz. Ich habe mal was von Holz. So, hier haben wir noch unser Essen. Wir haben dann hier, das hier kannst du mal noch schmelzen. Jetzt habe ich, jetzt habe ich keine Reakennung mehr. Ja, dann gehen wir mal noch Holz jagen. Ne, komm, wir benutzen noch eine Steinachse, bis wir dann... Moment mal, das ist ja eine Eisenachse. Ich habe hier schon eine Eisenachse gehalten. Äh, aber das nutzen wir jetzt erstmal, bis wir... Erstmal, das richtige, äh, das erste Mal in der Höhle waren. Richtig mal. Ähm. Und dann brauche ich das jetzt hier noch. Da ist ja gar nichts. Wir haben so ein krasser Baum, was soll, weil die zusammengewachsen sind. So. Ja, haben wir noch was. Und der letzte Baum für heute ist der hier. So. Der hier, die beiden Bäume, nicht. Schon wieder Nacht, ne? Nein, natürlich. Gut, ähm, nam, 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 nam. Ganz toll. So, ne, dann stellen wir zuerst Holz her. So, denn das sind nämlich dann mehr. Sehr schön. Wie lange habe ich das hier gemacht? Ähm, das sind hier zwei, vier bis zur Decke. Also fünf Stück muss ich da machen. Fünf Stück, aber... Wir sind gerade erstmal bei der dritten. So, da. So, da ist die dritte fertig. Und jetzt hier die vierte. Und jetzt brauche ich das ja nicht mehr, weil dann machen wir das nämlich... Anders? Thomas anders? Ne. So. Dann war nämlich das hier schönes Letzte. Und dann, bam, 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 bam. Gut, ich hab doch irgendwo noch Leitern. War bestimmt die Idee. Die hab ich wieder hier reingetan, ne? Genau, sechs Stück. Dann kann ich, äh, das hier nämlich zumachen. Ist ja klar. Hier muss alles kaputt gehen. So, bring die dann hier an. Moment, ich bin jetzt hier hoch. Eins, zwei, drei, vier. Man kann hier hoch. Was ist eigentlich... Moment, jetzt muss ich mal zählen. Es sind hier eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben. Und hier eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. Okay, ähm... Das heißt, ich muss das so bauen. Okay. Ah, schon wieder. Holzmangel. Ach, genau da raus. Moment, was kann man denn eigentlich... Alles aus Ziegel... Ja, schon. Äh, Ziegelstein natürlich. Opsi. Diorit. Granit. Andesit. Mal jede Diorit. Blablabla. Purpur-Säule. Äh, das haben wir ja noch nicht. Endsteinziegel. Ne, aber auch noch nicht. Quartflöcke haben wir auch noch nicht erreicht. Gemeinser der Quartflöcke. Eine Art. Ne, das ist auch nicht. Steinziegel. Was ist Steinziegel vielleicht? Aber das dauert ja dann ewig. Wo ist der Steinziegel? Wenn da war ich noch eben schon. Ähm... Ähm... Sandstein... Oder... Knarreblock. Ziegel. Nehmen. Nehmen Batzen. Grobe Erde. Das ist denn eigentlich grobe Erde? Upsi. Wo war das jetzt hier, ähm... Da, grobe Erde? Ah, Info. Eine besondere Art von Erde, auf der kein Gras wächst. Ja, warum ist das eingeführt worden? Na gut, wir testen's mal. Ähm... Vielleicht... Ich hab, glaub ich, irgendwie mal gehört, dass da... Dass da alles schneller drauf wächst. Oh mein Gott. Okay, erstmal schlafen gehen. Nein! Du bleibst sitzen. Schlafen. Jetzt fällt die Hälfte wieder vom Bett runter. Oder ich fall vom Bett. Oh mein Gott. Nein! Äh! Der ist ja noch mit dem Bett gelatscht. Ich glaub das ja wohl nicht. Ist ja klar! Einfach ignorieren. Ich will nicht wahr. Einfach ignorieren. Hoodies. Äh... Weder vorne noch besser sieht's besser aus. Äh, was? Nee. Äh... Weder vorne als hinten. Nicht wieder vorne als besser. Weder vorne als hinten sieht's besser aus. Entschuldigung, Kuh. Jetzt kommen die Hunde gleich schon wieder. Pass auf. Ich hab hier jetzt fünf Hunde. Also das... Äh... Fünf genau. Das... Müsste wieder für den neuen Hund reichen. Jetzt sitzen sie bestimmt wieder alle dort. Nee. Sind sie es mal normal? Nochmal. So. Wo ist der Kuhlball hin? Ich seh doch keinen Hund mehr. Hier war doch gerade eben noch ein Kuhlball. Das habt ihr alle gesehen. Und mein Futter ist leer. Kuipp, 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 kuipp. Dok, 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 dok. Wo ist mein Hund? Wo ist mein Lieblingshund? Wo ist mein Lieblingshund? Der vor Kuipp an Abhaut. Wo ist mein Lieblingshund? Es gibt keinen Lieblingshund mehr. Meine Lieblingshunde sind weg. Ich kann keinen Hund mehr zählen. Ich hab sie alle schon gezähmt. Da ist ein Ei. Bestimmt vom Dinosaurier. Hier ist kein Hund mehr. Wunderbar. Toll. Ich hab' umsonst gesammelt. Aber das möchte ich schon haben. Das sind zwei Stück. Oder drei. Guck mal, wie viele Schweine. So, grobe Erde wollte ich noch mal austesten. Platz nochmal. Ich kann ja auch den Weg mal machen. Machen wir mal hier den Weg. Alles was? Ich bin mir nicht mal kaputt gegangen. Diesen Blumen da weg. Hä? So. Alles klar. Platzieren wir die grobe Erde irgendwo. Hier. Da haben wir noch was. Und, äh, das Abend. Bam. Wunderbar. Ich hab noch kein einziges Mal geregten. Ich fette mir gerade auf. So, ähm, machen wir doch mal Brot. Da. Brot backen. Yay. Hab ich das Brot? Da ist Brot. Ich hab kein Holz mehr. Nimm mein letztes Holz. So. Dann mach ich das jetzt aus. Moment, werd ich nicht. Ich mach das einfach aus. Genau, den. So. Und das werde ich dann die ganze Zeit so hin und machen. hier. Hier. Bop. Hals. Jetzt haben wir es ein. Nein. Okay, jetzt haben wir es nicht ein. Geh da hoch. Sehr schön. So. Und jetzt sitzt das da ein. Und zwar da unten. Da. Ja, sehr schön. Jetzt wieder. Ja. Und guck mal da. Und schon wieder. Und jetzt macht es nicht. Und. Genau. Und da. Und bravo. Ich muss gar nichts mehr sagen. Und jetzt machst du es noch falsch. Nimm mit. Nimm mit. Nimm mit. Was ist damit? Oh, ne. 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 Türen zu. Sind wir auf. Bauen. Nicht. Tür auf. Tür zu. Ist doch richtig. Bam. Nein. Bam. So. Runter. Ja, mach da. Baut. Verdammt. Jetzt. Oh, zieh jetzt auf. Na, komm. Also, so langsam regt mich. Mein Kopf nur noch auf. So ein Beruhigungsspiel sein. Ich glaub nicht. So, jetzt nimmt das nicht. Und ich muss wieder runterfallen. Jetzt bin ich tot. Ich glaub's nicht. Ich glaub das alles nicht. Kann ich jetzt natürlich nicht mehr aufheben. Ist ja klar. Das kommt da hin. Das ist ja richtig. Das ist ja richtig. Und jetzt ganz langsam und in aller Ruhe setzt du jetzt diesen Block da dran. Sehr schön. So. Jetzt ist hier das halbe Dach fertig. Man kann aber nie wieder hier runterstürzen. Das muss ich jetzt mal ausprobieren. Kann es sein? Moment. So krieg ich Schaden. Aber wenn ich... Moment. Das war glücklich zu spät. Wenn ich im Flug... Im Fall... Hä? Warum hat das eben funktioniert? Und hat es nicht? Es funktioniert hier nur hier an dieser Ecke. Hä? Hä? Hier funktioniert's. Warum funktioniert's da hinten nicht? Wenn ich jetzt hier runtergehe... Runtergehe. Hä? Ich versteh das nicht. Man muss da irgendwie im richtigen Zeitpunkt... Jetzt schon zum Beispiel wieder. Immer zu spät. Aber ich will das jetzt probieren, ob das wirklich hier auch funktioniert. Das war jetzt schon wieder zu früh. Das funktioniert nur hier. Also ich glaub's nicht. Irgendwie ist das verpackt oder so. Das... Klappt wirklich nur hier? Oder... Irgendwie krieg ich's grad da hinten nicht hin? Ich weiß auch nicht. Was ich ja gerade versucht hab. Aber... Ich weiß nicht. Irgendwie mit ducken und sprengen und dann wieder ducken und nichts zu tun. Und ich würde erst mal sagen... Ähm... Ach, das gibt's aber nicht! Ich tu dir jetzt das Brot rein. Ne. Da hat die Leitern. Komm schon, die kann man doch verbrennen. Kann man nicht! Dann halt hier das alte Schwert. Guck mal her, wie schnell... Wie schnell das einfach abläuft! Da hängt ja nur eins! Bravo! Okay, Leute. Beim nächsten Mal sehen wir uns dann hier wieder, wenn wir unser Haus wahrscheinlich... Nicht fertig bauen, aber wahrscheinlich auch mal in eine Böhle reingehen oder so. Das war's von mir wieder. Von der Aufnahmesession auch. Ähm... Wenn's euch gefallen hat, dann lasst doch mal ein Like da. Wenn nicht, dann nicht. Und wenn euch mein... Ne, wenn euch mein Kanal generell gefällt, wenn ihr keine weiteren Videos von mir mehr verpassen wollt, dürft ihr mich auch gerne kostenlos abonnieren. Und dann kostet wirklich nichts. Und, ähm... Ja... Ach, halt doch mal die Schnauze da hinten! Und, äh, dann sehen wir uns das nächste Mal wieder. Bis zum nächsten Mal und... Buff! Genau. Und tschüss! Buff! Buff!